. Hier läuft die zwölfte Minute von der ersten Halbzeit im Riege-Stadion. 2 zu 0 für den CFC-Tour nach zwei Minuten. Nach einer Minute das erste Tor, Roswitha Oberlechner mittlerweile ihr viertes Tor in der heurigen Meisterschaft. Und das 2 zu 0 nach einer Minute aus der zweiten Minute von Veronika Molling. Veronika Molling, die das dritte Mal von Anfang an dabei ist, schon letzte Woche in Cervia ein super Spiel geliefert hat. Heute dieses Tor, was sie sich wirklich verdient hat, glaube ich. Sie war lange verletzt. Und jetzt am Ball haben wir Donnelli an Rigatti. Und 3 zu 0! Und 3 zu 0! Stefania Rigatti, Stefania Rigatti, das ist das 3 zu 0 in der zwölften Minute. Thomas, also heute haben wir wieder alle drei Tore live können durchgeben. Also das ist wirklich, ich hätte mir nicht gedacht. Ja, das kann man wirklich sagen. Es ist ein... Es ist ein...